Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge des Command & Conquer Generale Let's Plays, wo wir uns ja hier in der DEF-Mission bei den, ähm, Chinesen befinden und wir heute das Problem haben, dass wir keine Einheiten bauen können, außer die. Und damit beginnen wir jetzt. Also ich habe hier nichts weiter gesehen, wir können das noch bauen. Hier können wir ein oder zwei, wenn wir es noch hinsetzen. Wir müssen einfach nur DEF-Mission. Das ist meine Aufgabe. Wir können kein Fahrzeug bauen, wir können keine Gebäude bauen, nichts. Wir können nur DEF-Mission. Ähm, ihr habt noch keine Ahnung, wie ich das am besten mache. Aber mein Gedankengang wäre der folgende. Wir produzieren einfach, einfach, einfach massiv an, 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 an Bodentruppen und schauen, was abgeht. Die würde ich hier jetzt einmal sinnvoll verteilen. So passt das hoffentlich. Naja, naja bin ich mir nicht sicher. General, die Verstärkung trifft in 10 Minuten ein. Ja, schön. So, Forschung geht's uns nichts. Äh, dann. Massiv Bodentruppen bauen. Hoffen, dass die irgendwas Sinnvolles bringen. Können wir hier irgendwas Sinnvolles upgraden? Und das. Ja, besser wird's nicht. Ähm, ich könnte jetzt versuchen, hier einen Angriff zu starten. Mit den Truppen, aber, ja, ist ja da kein Wehr drin. Wir haben kein Gebäude, was, ähm, Dingens bauen kann. Kein Fahrzeug, was Gebäude bauen kann, sondern wir haben nur unsere Bodentruppen. Das ist so die wichtigste erste Info. General, einer unserer Horchposten steht unter schwerem Beschuss. Wenn sie ihn retten, könnte ich mich in das Kommunikationssystem einloggen und einige Langstreckenbomber anfordern. Ja. Wie Ken 3. Schnappen wir uns erstmal das. Ihr bekommt mal die zwei, also die Kaserne hat jetzt die zwei bekommen. Der Trupp ist hier die eins. Ihr kommt auch noch mit zwar eins, desto größer der Trupp, desto besser. Und dann, auf geht's. Einheit verloren. So, ihr seht. Gut, funktioniert anders. Da müssen wir reagieren. Einheit verloren. Okay, sehr gut. So, dann ihr jetzt einmal da hin. Da hin, bitte. Hier weiter Einheiten produzieren. Hier hinten könnte man auch was hinschicken. Das ist die Frage, ob das hier reicht. Also, wir nehmen auch noch was so. Dann ruckelt es zwar noch mal kurz, aber was soll's. So, wo lang lauft ihr? Ich hatte ja eigentlich die Sorge, dass das eine Kack-Mission wird. Aber bis jetzt hält sich's noch in Grenzen. Ich glaube nicht, dass ich die Base-Platt bekomme. Ich glaube nicht, dass ich die Base-Platt bekomme. Wie ihr seht. Sie wurden befördert. Ähm. Einheit verloren. Jetzt hab ich aus Versehen einmal alle Markierungen gelöscht. Ihr werdet nicht getötet. Ihr werdet eh tot. Die kommen aber an. Oder? Oh, nee. Ja, weiß nicht. Ui, na, weiß nicht. Ich würde sagen, die kommen nicht an. Gut. Einheit verloren. Dann schnappt euch mal das. Die sind einfach so schlecht, die Einheiten. So, dahin bitte zur DEF. Einheit verloren. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Ja, schön. Rumpenteppich, Artillerie. Artillerie nehmen wir auch. Da drauf. Wenn ich das rechtzeitig schaffe. Also, ihr habt schon mal gesehen, an die komme ich nicht ran. Ich werde gleich mich an denen hier einmal probieren, wo ich da glaube, dass das gleiche passieren wird. So, da drauf. General, die Verstärkung trifft in fünf Minuten ein. Schön. Einheit verloren. Ei, ei, ei. Hier mit zur Eins. Da drauf. Einheit verloren. Ich hoffe, ihr seht mittlerweile, warum ich so ungern mit Bodentruppen spiele. Warum ich die einfach als so useless ansehe. So, ihr bekommt eure Chance dahin. Dann werdet ihr die drei. Das wird gleich der nächste DEF-Trupp, der hier dasteht. Als nächstes gegen Bodentruppen. Die machen bestimmt gut Schaden. Aber ist halt nicht mein Spielstil, ne? Obwohl ich es unerwartet lange schon gedefft habe. Ich habe eigentlich erwartet, dass die DEF hier innerhalb von Minuten zusammenbricht. Dass sie gar nicht so lange durchhält, wie sie jetzt durchhält. So, was mit euch hier. Ich stelle euch wahrscheinlich wieder so harter an, dass ihr hier gleich sterbt. Ei, ei, ei. Einheit verloren. Ich könnte das mal angreifen. Okay. Sie haben es nicht geschafft, so wie das aussieht. Einheit verloren. So, dann dahin mit euch. Die werden das, glaube ich... Ich bin mir wundern, wenn die das schaffen noch. Die falschen Einheiten, die hier noch leben, das hat sich gleich erledigt. So. General, IBG-Einheiten greifen das Atomkraftwerk an. Ei, ei. Einheit verloren. Ei, ei, keine Sorge. Ich bin noch nicht so schnell, wie ihr das gerne hättet. General, IBG-Einheiten attackieren die Bunker. Einheit verloren. So, schafft ihr es ja irgendwann mal zu deafen sinnvoll. Wäre so sehr freundlich. So, du solltest eigentlich nicht mit dazugehören. Was ist hier los? Einheit verloren. Wir haben es gerade so nicht geschafft. Na ja, gut. So, den da noch weg. Erst mal die hier noch. Da sind wir näher dran. Hier hoch, da hin. Okay, das hat so gepasst. Das ist in Ordnung. Okay, zumindest haben wir es geschafft, uns zu deafen. War jetzt nicht sonderlich schwer. Aber wir sind weit weg von... Wir regeln hier. Einheit verloren. So, dann schnappt euch die hier. Und wenn ihr von mir jetzt gleich erwartet, dass ich hier einen großen Gegenangriff starte, dann werde ich wahrscheinlich euch enttäuschen müssen. Aber es heißt ja eigentlich momentan noch nur deafen. Von daher... Halten wir da erstmal noch den Ball flach. Und ich fahre ich mal da hin. Du kommst nur zu eins. Das ist okay. Was haben wir hier? Den nächsten großen Angriffsdruck. Da laufen wir mal hin. Einheit verloren. General, die Verstärkung ist eingetroffen. Schön. Jetzt muss noch die Frage reichen. Was ist das? Juhu, okay. Ich bin sehr gespannt. General, nun da unsere Entsatztruppen eingetroffen sind, wird es Zeit, die IBG zu vernichten. Na klar, was bekomme ich ein Baufahrzeug? Bayern. Was sind wir sonst? Okay, Baufahrzeug. Äh, was ist dahin? Einheit verloren. Jetzt können wir ja eigentlich unsere Fußsoldaten hier mal nehmen. Einheit verloren. Die mal irgendwo sammeln. Äh, hier noch. Und dann, ähm... Einheit verloren. Ja, mein Vorschlag ist, wir gleich jetzt mal irgendwo angreifen, sodass das... So, wir bauen diese Panzer im Wechsel dahin, so ihr greift jetzt das hier an. Was soll's? Irgendwo müssen wir anfangen. Damit euch erstmal hier... Das sind jetzt nur Bodentruppen. Ich höre jetzt auch auf, weiter... Fußsoldaten... Ich höre jetzt auch auf, weiter Fußsoldaten zu produzieren. Und jetzt schicke ich die einfach hier hin. Macht Macht, was er hinbekommt. So, ihr hier... Seid noch am Forschen. Einheit verloren. Ja, man sieht schon, gut Soldaten ist eigentlich meine Welt, ne? So, kriegen wir die Hubschrauber hier irgendwie... So zur Seite, dass sie mich nicht nerven. Einheit verloren. So. Halt immer noch keinen einzigen Panzer, weil hier so viel... Vielleicht erstmal nur zwei, was er forschen wollte. Ähm... Du könntest mal noch ein... Welches Gebäude bauen, das ist die Frage, wohin? Einheit verloren. So, jetzt geht's los, jetzt bauen wir Panzer. Eieiei, das wird was werden, ich sag's euch jetzt schon. Ich sehe den Sieg mal noch so gar nicht, ne? Aber was von uns so überhaupt nicht, sehe ich den Sieg. Vielleicht ist er easy, aber vielleicht ist er auch echt noch weit entfernt. Wo geht's durch das? Wo brauchen Sie mich? Wo wir poliert und geschmiert. Wo brauchen Sie mich? Hm. Ich hab jede Menge Munition. General, und die Basis sind angegriffen. Ja, ja. Sollen wir hier noch was? Das und... Ja, gut, okay, das wollen wir erstmal nicht. Ähm... Ich würde jetzt tatsächlich auch eher den Gedankengang verfolgen. Äh... Einheit verloren. Hier eine schöne Panzerarmee auf die Beine zu stellen. Mit der ich möglichst zeitnah einen guten Angriff hinbekomme. Ei, ei, ei. Einheit verloren. Das wird dauern. Wie ihr eventuell seht, wird das dauern. Wir könnten anfangen, gehen hier schon mal irgendwie... Einheit verloren. Mit sowas zu nerven. Einfach mal irgendwo einen Anfang zu machen. Das ist immer ganz echt, ich brauch hier eine wesentlich größere Armee, um irgendwie hier Land zu sehen. Ja, die Hubschrauber können gut defen. Aber... Ich brauch einfach Geduld. Ich brauch einfach noch ein bisschen Geduld. Und vor allen Dingen, meine größte Sorge ist, dass mein Geld bald alle nicht eigentlich dann noch ein zweites Nachschublager woanders hinsetzen müsste. Was kein Riesenakt ist, es ist nur... Einheit verloren. Keins in Reichweite. Und alles, was bis jetzt in Reichweite wäre, muss ich... Also... Ich muss erstmal meine Bates defen, bevor ich sage, dass ich das und das als sinnvolles in Reichweite ansehe. Einheit verloren. Die Panzer sind so scheiße, ne? Ah ja, gut, das war ja schon immer so. Der Chinesen setzt auf Masse statt Klasse. Ist jetzt nichts, was mich überrascht. Können wir hier irgendwas Sinnvolles bauen? Ich weiß nicht, ob die Propaganda-Zentrale das wert ist. Vielleicht können wir da irgendwas Sinnvolles draufsetzen. Ähm... Noch ein Gebäude dann. Ne, den Rest habe ich da. Also wir haben uns die Frage, ob in der Propaganda-Zentrale noch irgendwelche... guten, für mich sinnvoll zu erachtenden Forschungen sind. Ich weiß nicht, ob die Propaganda-Zentrale noch irgendwelche guten, für mich sinnvoll zu erachtenden Forschungen sind. Hier kann ich mal noch einen Hubschrauber hin glanzen. Und... hier unten geht es noch ein. Weil die Hubschrauber habe ich... habe ich... lege ich so als doch ganz interessante Dev an. Dann vielleicht noch... da einen Hubschrauber hin. Ich würde ja sagen, das reicht, aber das reicht nicht, was ich hier an Armee habe. Einheit verloren. Wo geht's zur Kraft? Eieiei. Also, Ziel ist momentan, dass ich jetzt erstmal nach hier unten komme, das Ressourcenfeld ihn wegnehmen kann und dass er dann... Einheit verloren. ...nach und nach Probleme bekommt. Das heißt, dass wir dann Map-Hochheit soweit haben, dass ich... auch mal eine Armee aufbauen... Obwohl, die Armee wird ja größer. Sie wird nur halt... ein bisschen zu langsam größer. Das ist eigentlich das aktuelle Problem. Einheit verloren. So, go here, los. Man, ich sage go und alles dreht wieder um, ne? Ja. Ähm. Ja, here you go. Ist die AG2, dass ich hier weiter produziere? Oh, das war nicht nur den Rumpf. Gut, dann gehen wir erstmal nächste Folge. Nächste Folge wird sich dann hier herausstellen, ob dieser Angriff sinnvoll ist oder ob der in die Hose geht. Ähm. Die Mission wird definitiv mich noch etwas länger stressen, als ich mag. Ähm. Propaganda-Zentrale darf ich auch nicht vergessen. Aber naja, wenn ich es hinbekomme, jetzt mit den nächsten Angriffen langsam an die Ressourcen hinunter zu kommen, dann kriegen wir das schon geregelt. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal für das Zuschauen. Wir gehen nächste Folge. Lasst uns einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Und dann kommen wir zum Schluss. Tschö, mädö. Tschö.